Landskronen, die Krone des Landes, hat die Bedeutung dieser Siedlung an der Grenze zwischen Böhmen, Meeren und Schlesien betont. Mit seiner Lage, in der Mitte eines Plateaus, umgeben von Bergen und Anhöhen, lädt es zu einem Besuch ein. Diese malerische Stadt ist mit 10.000 Einwohnern eine sich rasch entwickelnde moderne Stadt, welche sich auf die Zukunft orientiert. Sie ist die Stadt der Elektronik, des Maschinenbaus, der Papierindustrie, sowie die Stadt der Mittelschulen, lebendige Kultur und moderne Sportstätten. Sie ist das Verwaltungszentrum der Landskroner Region für 22 Gemeinden mit fast 25.000 Einwohnern. Unter anderem bietet die Stadt attraktive Freizeitmöglichkeiten, die den Wünschen selbst eines anspruchsvollen Gastes gerecht werden sollten.